Hallo, ich bin Kim Bartosch, Lehrling für Elektrotechnik, Anlagen- und Betriebstechnik bei den ÖBB. Willkommen in meiner Welt. Manchmal stippelt sich mir was von meinen Kollegen. Hey, was soll's? Ich kauf's dir nach, versprochen. Ich hol mal mein Equipment und dann geht's auch schon los. Es gibt verschiedene Probleme, die ich bei der Arbeit lösen muss. Ich übernehme zum Beispiel die Montage am Schaltschrank. Außerdem beseitige ich die Fehler in der Schaltung. Wenn ich alles richtig mache, habe ich bei der Überprüfung keine Fehler. Feierabend, auch was Schönes. Und wenn man was leistet, dann wird man auch dementsprechend bezahlt. Ich hoffe, ich habe euch für diese Ausbildung begeistern können. Hoffentlich bis bald. Ciao.